Leute, eine Kryptowährung, über die der Krypto-Mainstream immer wieder dieses Jahr geredet hat, ist die Centraland. Und das liegt bestimmt auch an der unglaublichen Performance, die die Centraland dieses Jahr hingelegt hat. Heute möchte ich euch erklären, was die Centraland slash Mana denn eigentlich ist und wo der Preis denn vielleicht im Jahre 2022 landen könnte. Wenn euch das jetzt interessiert, dann bleibt doch auf jeden Fall mal dran und vergesst natürlich nicht, diesen Kanal hier zu abonnieren, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr zum Thema Kryptowährung verpasst und gebt dem Video doch auch sehr gerne mal einen Daumen nach oben. Jedes Video von mir erreicht normalerweise die 1500 Likes, das heißt, lasst uns das doch auch mal direkt hier unter diesem Video knacken. Und jetzt würde ich sagen, springen wir direkt mal in die Informationen. Die Centraland wurde tatsächlich ursprünglich als 3D-Spiel in 2005 gestartet und ist jetzt erst in 2020 richtig online gegangen. Das Spiel, was wir jetzt aktuell online finden, wurde von einer Firma namens Metaverse Holdings Limited programmiert, die einen Sitz in China hat, aber tatsächlich auf den Cayman Islands registriert ist, wie viele andere Krypto-Projekte aus regulatorischen Gründen auch. Koordiniert wird das Ganze aber von der sogenannten Decentraland Foundation, die ihren Sitz in Kalifornien hat. Decentralands virtuelle Welt besteht aus 90.000 Grundstücken, welche alle selbstständige NFTs sind auf der Ethereum-Blockchain, genauso wie bei Sandbox, wo es aber zum Beispiel 160.000 Grundstücke gibt, was die Welt aber jetzt nicht direkt viel größer macht, denn es kommt natürlich auf die Grundstücksgröße an. Es gibt tatsächlich drei verschiedene Grundstücksarten in Decentraland. Es gibt einmal Anwesen, dann gibt es ganze Bezirke. Diese Bezirke haben dann alle dasselbe Theme, das ist halt dasselbe Thema. Und es gibt auch noch Plätze, die mehr oder weniger als Hubs, also wie öffentliche Plätze fungieren. Diese können aber nicht gehandelt werden, denn die sollen sozusagen von Decentraland für die gesamte Community sein. Das heißt, diese Plätze kann man nicht handeln, so wie jetzt zum Beispiel ein Anwesen in Decentraland. Und da Decentraland natürlich auch eine Real Money Market Economy hat, wie ihr gerade schon erfahren habt, dadurch, dass man ja Grundstücke verkaufen und kaufen kann, ist es so, dass Decentraland auch einen hauseigenen NFT Marketplace hat. Denn natürlich sind diese ganzen In-Game Assets, die es in Decentraland gibt, wie zum Beispiel die Grundstücke, natürlich NFTs. Und man kann auch noch andere Sachen auf diesem Marktplatz kaufen und verkaufen. Und zwar Sachen wie Kleidungsstücke, Skins, Namen und andere In-Game-Avatare zum Beispiel für den Charakter, den man in Decentraland spielt. Natürlich bietet Decentraland auch die Möglichkeit, dass sobald man ein Anwesen oder ein Grundstück generell besitzt, dass man dieses auch mit dem Decentraland-Bilder verändern kann. Das heißt, man kann sozusagen sein Grundstück komplett selbst gestalten, was natürlich extrem relevant dafür ist, wenn man ein wirkliches Metaverse sein möchte. Denn wer möchte denn in eine zweite Realität eintauchen, in der er mehr oder weniger nichts selbst gestalten kann, wie jetzt zum Beispiel mal als Vergleich in GTA. Die Währung, die man in Decentraland verwendet, wie ihr auch schon am Anfang gehört habt, ist Mana. Und diese funktioniert genauso wie Sand in Sandbox. Falls ihr mein Sandbox-Video jetzt noch nicht gesehen habt, schaut es euch sehr gerne mal auf meinem Kanal an. Da bin ich nämlich ein bisschen mehr ins Detail gegangen, was diese Währung denn für Funktionen in solchen Metaverses wie Decentraland oder The Sandbox haben. Aber man kann Mana natürlich auch zum Beispiel dafür verwenden, um Kunstwerke in seinem Decentraland-Grundstück zu zeigen und diese NFTs zu kaufen. Oder man kann sogar auch an virtuellen Events teilnehmen und sich Eintrittskarten mit Mana erwerben. Oder man kann zum Beispiel sogar in virtuelle Casinos im Decentraland gehen und einfach, wenn man Lust hat, mit seinen Mana etwas Glücksspiel betreiben, was ich persönlich definitiv nicht empfehlen würde. Wenn man Mana als Nutzer hält, hat man sogar auch die Möglichkeit, an Votings teilzunehmen, um den weiteren Verlauf von zum Beispiel Sachen wie Marktplatzgebühren oder die Anpassung von Grundstücksparametern des gesamten Decentraland, kann man als Mana-Besitzer auch an diesen Abstimmungen teilnehmen und somit einen direkten Einfluss auch auf das Spiel und die Zukunft des Spiels nehmen. Viele wissen es vielleicht gar nicht, aber Decentraland hat tatsächlich bereits in 2017 einen ICO abgehalten und insgesamt 52 Millionen Dollar gesammelt. Das ist jetzt vielleicht im ersten Moment überraschend, weil die meisten ICOs, die wir ja in 2017 gesehen haben, die gibt es jetzt nicht mehr. Aber Glückwunsch an jeden, der bei Decentraland beim ICO mitgemacht hat, denn damit hat man sich auf jeden Fall einiges an zusätzlichem Kryptoportfolio in den letzten Jahren aufgebaut, wenn man seine Mana einfach gehalten hat. Grundsätzlich haben in Decentraland tatsächlich größere VCs und auch namenhafte Unternehmen investiert, wie zum Beispiel Digital Currency Group, sagt einigen vielleicht etwas, als Investor bei größeren Kryptoprojekten oder auch zum Beispiel Genesis One Capital. Es gab aber tatsächlich auch ganz viele normale Leute, die dann eben einfach Kapital zur Verfügung gestellt haben, indem sie eben bei diesem ICO in 2017 mitgewirkt haben. Grundsätzlich ist es ja tatsächlich so, dass große Firmen wie zum Beispiel Adidas, Nike, Microsoft und so weiter und so fort bereits gesagt haben, dass sie in Zukunft mit Metaverse-Projekten partnern wollen und ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass Decentraland eines davon sein könnte. Als ein kleines Beispiel hier zu dem Thema Unternehmen. Es wurde gar nicht mal so lange her einfach mal ein Grundstück für eine Rekordsumme von 2,4 Millionen Dollar in Decentraland gekauft und zwar von einer Tochtergesellschaft von Tokens.com und zwar von der Metaverse Group, die plant. Und jetzt haltet euch fest auf diesem Grundstück, welches witzigerweise Fashion Street heißt, wollen sie tatsächlich virtuelle NFT Fashion Shows veranstalten, um zum Beispiel Projekten oder NFT-Kollektionen die Chance zu geben, ihre Charaktere fürs Metaverse live vor einer Virtual Reality Audience im Metaverse vorzustellen. Das heißt, ein weiterer Step, um natürlich dann sozusagen alles in einem dezentralen Metaverse zu haben. Wenn wir jetzt schon dabei sind, so groß für die Zukunft von Decentraland zu denken, dann ist es natürlich auch eine gute News, dass am 22. Oktober eine Second Layer Solution namens Polygon oder auch Matic, ihr kennt sie wahrscheinlich alle, genutzt wird, um eben Transaktionen von Mana deutlich zu beschleunigen und natürlich auch günstiger für die Nutzer Transaktionsgebühren mäßig zu machen. Wenn wir jetzt schon beim Thema Skalierbarkeit, Effizienz und so weiter und so fort sind, da muss man natürlich auch ganz klar ein wichtiges Update erwähnen, denn seit August ist es endlich möglich, durch Server-Sharting zum Beispiel, dass alle Spieler jetzt in einer Welt zusammen interagieren können, denn davor, vor diesem Upgrade in August, waren es nur 100 Spieler pro Server, was natürlich ein komplettes No-Go für ein richtiges Metaverse ist. Und eine kleine andere witzige Sache, die kurz nach diesem Upgrade passiert ist, tatsächlich hat Decentraland im Oktober 2021 das erste richtig große Metaverse-Festival veranstaltet, wo es zum Beispiel Gäste wie Deadmau5 gab, den bekannten DJ oder Paris Hilton, die ja auch ein wenig im Kryptospace unterwegs ist und viele weitere prominente Gäste, die da bei diesem virtuellen Festival im Oktober in Decentraland teilgenommen haben. Da ihr jetzt ein allgemeines Overview über Decentraland habt, lasst mich doch jetzt direkt mal in den Chart springen, denn viele von euch interessiert natürlich auch, wo es denn mit dem Kurs von Decentraland im nächsten Jahr 2022 hingehen könnte. Eine wichtige Sache, die ich hier jetzt noch erwähnen wollte, ist, dass ich gleich auch noch nach der Chart-Analyse auf ein paar Negativpunkte zu Decentraland eingehen werde, um natürlich sicherzustellen, dass ihr wirklich eine komplett neutrale Sicht hier auf das Projekt bekommt und danach selbst entscheiden könnt, wie ihr die Zukunft von diesem Projekt euch vorstellt. Decentraland befindet sich seit einiger Zeit hier in diesem Falling Broadening Wedge und ein Falling Broadening Wedge ist definitiv in der Form, wie wir es hier gerade auffinden, ein bullisches Pattern, entweder ein Reversal Pattern oder ein Continuation Pattern. In diesem Fall wäre es definitiv ein Continuation Pattern, denn Decentraland befindet sich ja hier in diesem absolut brutalen Preisanstieg. Jetzt muss man natürlich sagen, bei Decentraland ist es so, dass wir hier noch ein paar Tage definitiv warten müssen, bis dieses Breakout möglicherweise passiert und wenn wir hier rejected werden, dann ist es natürlich auch so, dass wir sogar noch mal eine größere Korrektur bei Decentraland erleben können, aber das hängt natürlich einfach auch ein bisschen davon ab, was der Bitcoin-Preis jetzt macht. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass Decentraland eine große Chance hat, hier nach oben aus diesem Falling Broadening Wedge auszubrechen und man muss natürlich dann ganz klar sagen, ein Broadening Wedge hat leider kein allzu aufregendes Preistarget, jetzt hier zumindest mal kurzfristig gesehen, denn das Preistarget hier wäre nur bei 4,40 Dollar, was uns nicht mal zu einem neuen All-Time-High bringen würde, aber ich glaube, es würde den Chart mehr oder weniger in ein sehr, sehr schönes Reversal verwandeln und wir hätten sogar die Möglichkeit, vielleicht, wenn wir hier noch mal beim All-Time-High rejected werden, dass wir hier eine Art Cup-and-Handle-Pattern formen zum Beispiel und dann kriegen wir hier schon deutlich größere Preisziele wie 8 Dollar realistisch. Das aber, wie gesagt, alles dann auch erst nächstes Jahr und das hängt natürlich auch einfach extrem davon ab, wie sich der Bitcoin-Kurs und der generelle Kryptomarkt weiterentwickelt. Sollten wir weiterhin an einem Bullenmarkt bleiben, dann kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass Decentraland 10 Dollar und höhere Preise noch erreichen kann, denn eigentlich ist das wirkliche Game, wie ich euch ja eben gerade erklärt habe, jetzt erst seit eigentlich kurzer Zeit wirklich spielbar. Kommen wir jetzt aber, wie ich gesagt habe, auch noch zu den Negativpunkten, denn da muss man sich natürlich Punkt 1, genauso wie bei Sandbox, im Hinterkopf behalten, dass nächstes Jahr im Juni 2022 neue Regulatoren kommen werden oder neue Regulierungen kommen werden, kommt natürlich darauf an, in welchem Land und so weiter und so fort. Trotzdem, und das würde bedeuten, dass man, um an einer Real-Money-Market-Economy teilzunehmend, einen KYC ausführen müsste, was natürlich für solche Spiele definitiv zu einem kleineren Problem führen könnte. Ein weiterer Punkt, der zumindest bei Decentraland natürlich einen Angriff für Regulatoren bieten würde, ist definitiv der Glücksspiel-Part. Unreguliertes Glücksspiel in einem dezentralen Metaverse auf Basis von Kryptowährungen ist jetzt vielleicht nicht das Beste, wenn es darum geht, wenn man tatsächlich aus der Schusslinie von Regulatoren und Regulatorien generell sein möchte. Viel mehr Negativpunkte gibt es bei Decentraland aber gar nicht. Das Einzige, was man natürlich noch erwähnen sollte, ist, dass der Metaverse-Space vor allen Dingen im Kryptobereich extrem competitive ist. Das heißt, es kommen natürlich immer wieder neue Spiele und es kommen natürlich auch immer wieder neue Metaverse raus. Und aus diesem Grund sollte man natürlich gucken, dass man nicht den Anschluss verliert, wenn man in solche Metaverse-Projekte investiert ist. Denn es könnte jederzeit sein, dass das neue Spiel rauskommt, was eben dann die alten Metaverses mehr oder weniger insignifikant macht und vom Thron wird. Jetzt würde ich aber sagen, wenn es euch wie mal gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Mich würde es wie immer freuen, wenn ihr mal diesen Kanal abonniert und die kleine Glocke aktiviert. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns tatsächlich im nächsten Video. Lasst uns die 2000 Likes erreichen. Bis dahin. Ciao. Ciao.